Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von dem Balea Adventskalender. Ja, nochmal kurz zur Erinnerung. Gestern im 15. Türchen hatten wir eine Fußbutter. Die sieht so aus und dann werde ich vorschlagen, öffnen wir heute das 16. Türchen gemeinsam. So Freunde, dann schauen wir mal, wo sich das 16. Türchen verbirgt. Ah, ich hab's gefunden. Das ist da. Die Tür geht heute auch so einfach auf wie gestern schon. Was sich dahinter verbirgt, das zeige ich euch gleich. In dem heutigen Türchen haben wir dieses hier. Das ist eine Barthandsseife in Sternenform. Und in dem heutigen Türchen steht, tu deinem Körper etwas Gutes, damit deine Seele Lust hat darin zu wohnen. Und das ist, äh, scheint ein Zitat zu sein von Teresa von Avila. Ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt auch richtig aus. Ähm, ja, das soll's dann auch schon tatsächlich mit dem heutigen Video gewesen sein. Wenn es euch da draußen gefallen hat, dann lasst doch gerne dementsprechend eine kleine Bewertung da. Und, ja, wenn ihr jetzt vorausgesetzt keine weiteren Videos mehr von mir verpassen möchtet, dann dürft ihr mich zum Schluss auch noch selbstverständlich gerne kostenlos abonnieren. Und, ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Bleibt gesund und bis denn. Tschüss! Untertitelung des ZDF für funk, 2017